Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play, die Siedler, das Elbe der Könige. Ich hab mal ein bisschen Offscreen weitergemacht, hab immer wieder Handel getrieben und tadaaa! Zehn Kanonentürme, die hier stolz in der Reihe stehen, die natürlich immer wieder von meinen wunderschönen, lieben, netten, leibeigenen, weiter repariert werden. Und schaut euch mal dieses Schlachtfeld an. Also, wow. Genau, ähm, ich hab hier noch eine Steingrube gebaut, damit ihr mal Stein kriegt. Genau. Ich habe jetzt nämlich auch angefangen, meine Männer auf die letzte Stufe aufzurüsten. Zum Beispiel, die Pferde sind schon ganz ausgerüstet, die schützen jetzt auch die Schwertkämpfer noch nicht, ne? Ja, genau, die Schwertkämpfer sind noch dran. Genau, die Schützen sind jetzt ganz ausgebaut, die Pferde sind jetzt ganz ausgebaut. Was ich jetzt noch brauche, sind Kanonen. Euch platziere ich mal hierhin. Ich werde gleich Dario und die anderen beiden abziehen, mit dem Rest von den Truppen da. Weil ich hab gesehen, dass die Kanonentürme das auch ganz ohne meine Männer schaffen. Ich hab meine Männer jetzt auch wieder hierhin gestellt, anstatt hierhin, weil hier droht mir ja keine Gefahr. Und über eine Wettertechnologie verfügen diese, äh, leichtsinnigen Leute natürlich nicht. Äh, deswegen werde ich erstmal hier lang gehen, in das verseuchte Dorf und mit den Leuten quatschen. Aber erst, wenn ich noch ein paar Männer aufgebaut habe. Und warum leckt es jetzt zum Geier? Danke. So, ich hab jetzt auch hier alles in der Feinschmiede erforscht. Ich hab ein Sägewerk gebaut, wo ich auch gleich natürlich ein paar Sachen erforschen werde noch. Und ich glaube, it is the time, dass ihr mal diese schöne Mühle, ähm, repariert. Und hier ist eine ganz schöne Masse, aber... Ja, ja, ich weiß, feindliche Truppen. Sind aber nur Armbrustschützen und Streitwaffen, Streitblanzenträger, whatever. Ähm, ich werde auch jetzt mal Schießpulver erforschen lassen. Ich hab noch nicht alle Sachen hier erforschen lassen, aber ich glaub, das lasse ich auch erstmal sein. Was, ihr seid fertig? Sehr schön. Dann baut mir... ...eine Kanonengießerei. Vielen Dank. Bastard-Schwertkämpfer. Dann zeich mal. Es wird bald Regen geben. So sehen die doch mal gut aus. So gefallen die mir. Ich warte jetzt noch den... ...die Erforschung einer neuen Technologie ist abgelaufen. Ja, gut. Ähm, also ich werde jetzt nicht alle... ...alle Technologien erforschen, die es überhaupt gibt. Ich werde aber... ...Technologien erforschen lassen, die meine Armee aufstärken. So. Hm. Es beginnt zu regnen. Ja, ach nee. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ihr... ...geht dann mal weg. Hätt ich? Ja, ja. Ein Kanonengießer nimmt seine Arbeit auf. Ich glaube, ich werde das Dorfzentrum schon mal ausbauen. Geschafft. Yay. So, Kanonengießer. Da bist du. Ich finde es toll, dass die trotzdem hier rauskommen. Obwohl das Dorfzentrum eigentlich hier ist, das Neue. Finde ich gut gemacht. Also, dass sie jetzt nicht da warten, bis es Winter ist und dann... Ich kann die Kanonengießerrei noch nicht zu einer Kanonenmanufaktur ausbauen. Aber ich glaube, ich belasse mich auch eher auf Bombarden. Weil Bombarden sind ziemlich gut. Erstens das. Und zweitens... Es sind kleine Wummen, die gut gegen Einheiten sind. Holzhärten. Ja. Dann habe ich nämlich meine gesamten Männer da aufgerüstet. Die sind jetzt alle schon auf Stufe 4. Und die Pferde auf Stufe 2. Gut. Dann werde ich jetzt nochmal... Speerträger. Schützen. Pferdchen. Oh, boah. Ich dachte schon. Pferd. Krieg kein Geld mehr rein hier. Muss ich mir mal ein bisschen Geld holen. Und zwar mit Lehm. Ja. Macht mal hinne hier. Ich kann euch gar nicht ausbauen. Sehe ich gerade. Oh. Hehehe. Egal. Na, Rosa Armee. Wollt ihr euch an meiner wunderschönen Verteidigung wieder die Zähne ausbeißen? Hierfür benötigt ihr mehr Zahler. Hierfür benötigt ihr mehr Zahler? Hierfür benötigt ihr mehr Zahler. Ich weiß. Ah, da sind sie doch. Boah. Guckt euch das an. Guckt euch das an, wie viel Schaden meine Kanonentürme machen. Die kommen fast gar nicht dazu, die Kanonentürme irgendwie zu, äh, zu beschädigen. Guckt euch kurz vor der Tür. Guckt euch mal hin. Es leckt, Leute. Ja. Gut. Natürlich habe ich jetzt kein Holz, äh, kein Taler mehr. Keine. Ich kann nicht mehr reden, Leute. Ihr bitte nicht. Ähm Händler? Wo sind die Schatzmeister? Ah, gut So Nein, kriegt ihr nicht Seid ihr fertig? Gut, dann Ich würde sagen, wir bauen noch einen oder ein paar Weil die kommen doch schon relativ Durch meine Verteidigung durch Das gefällt mir absolut Nicht Und es gefällt mir auch nicht, dass es so leckt Hör auf zu lecken, Spiel Danke Jetzt habe ich natürlich das Problem, dass ich nicht so viel Geld habe Das heißt, ich muss ein bisschen Geld sparen Mann, wie viele Kanonentürme die beschädigt haben Diese Feinde Diese rosa Feinde Ich kann immer noch nicht glauben, dass die Leute rosa sind Ähm Ihr hackt mir Na, egal Lass das sein So Der hat gar keinen Wie soll ich mich konzentrieren, wenn ihr mich kennt So Kommt mal Oh, ihr habt alle Habt ihr alle? Ne, du hast Einen nicht Ha Aha, aha Oh, war da gerade was rosanes? Wenn ja, bin ich gearscht Ich hab da gerade Bin ich jetzt Bin ich jetzt total bescheuert oder was? Hab ich da nicht gerade was rosanes gesehen? Ich hoffe nicht Dann kriege ich echt Schiss Boah, dieses Dieses Schlachtfeld Es ist so krass Vor allem Es sind eigentlich Armbrustschützen Und es liegen Bögen rum Okay So Macht mal weiter Ihr verarbeitet doch noch schon Ja, es ist noch schwer für da zum Verarbeiten Das gefällt Ja, gefällt mir, dass du das getan hast, was ich wollte Ich baue einfach noch mal eine Reihe Das kann nie falsch sein Also Mit so einer Verteidigung Werde ich garantiert Keine Probleme mehr mit den Rosanen haben Von dieser Seite aus Deswegen kann ich mich voll und ganz darauf konzentrieren Dass ich hier Alles dicht mache Und zum Dorf vorstoße Und danach Hier über den See Hier rüber gehe Nein Boah Gut Dann Stelle ich euch wieder hier hin Nur noch ein einziges Mal Meine lieben Leute Noch einen Ballisterturm Dann zu einem Kanonenturm ausbauen Und schon hat sich die Sache Ach ja Ich habe ja noch eine Kanone gebaut Stimmt Ich glaube, ich werde noch einen in Auftrag geben Die sind eigentlich ziemlich effektiv Oh, es leckt schon wieder Hier wird doch nicht Ah, okay Ich werde aber auch jetzt Das erstmal hier lassen Mit dem Wetter Ich werde mir das aufsparen Bis ich hier rüber gehe Ja, ich weiß, meine sind im Anmarsch Sollen sie kommen Ich habe Eins, zwei, fünf Zehn Dreizehn Stück Dreizehn ist eine magische Zahl Leute Ihr seid mir ein bisschen zu weit dort Handt mal hier weiter, bitte Ich nehme mir ein bisschen Schiss Soll ich noch mehr Truppen bauen? Nö Ich lasse es Ah, da ist sie ja Und der Kanonengießer geht was essen Hat er sich wahrlich verdient? Er hat uns geholfen Eine weitere Kanone zu bauen Nur ehrlich gesagt Habe ich ein bisschen Schiss Dass ich da jetzt runtergehe Ernsthaft Irgendwie schon Aber irgendwie Will ich es auch endlich mal erforschen Ihr geht doch mal Nee, ihr bleibt hier Ich warte jetzt noch auf die Kanone Wo ist sie? Kanönchen Ach da Da kommt sie angerollt Gut Ich habe ja noch meine Grünen Die Grünen Das zeigt nicht meine politische Richtung Okay Dann speichere ich jetzt Für den Fall, dass die Rosanen doch stärker sind als angenommen Und gehe Es lagt schon hier hin Es kann aber nicht sein Meine Festplatte ist Halb leer oder halb voll Das ist Ansichtssache Aber sie ist auf jeden Fall Nicht zu voll Das ist lagd Aber irgendwie lagd es Wenn ich mich bewege Dann brechen sofort die Frames ein Was ist hier eigentlich Ihr könnt von hier aus runter Cool Bleibt da mal Aha Hallo Könnt ihr mal mit uns kämpfen Los weiter Habt keine Furcht Das machen wir noch in diesem Video Keine Furcht Ich sehe dich Mach den Ballisterturm Freckert Oh da sind noch Oh Gott sind das viele Oh mein Gott sind das viele Und wenn uns die Kanone da sieht dann Ballisterturm Kaputt machen Ähm Den kaputt machen Und ihr lasst euch weiter schön Ja Endlich mal ein Kampf Mach die Rosanen kaputt Okay Meine Truppen werden dezimiert Das gefällt mir nicht Egal Erik Krachbum Ups Da ist noch ein Achso das ist ein Kanonenturm Lehrt sie das fürchten Ja bitte Lehrt sie das fürchten Es Es leckt Unheimlich Für Ruhm und Ehre Es nervt mich Kolossal Dass das jetzt so leckt Okay jetzt geht's Dankeschön Da ist Noch einer Da ist noch einer Geht doch mal aus der Range Von dem blöden Ihr macht ihn jetzt kaputt Oh da Da ist ein Ballisterturm Egal Ähm Nein Ihr macht bitte Da weiter Oh Oho Ich hab Ich hab ne Basis gefunden Pilgrim Ich hab einen Job für dich Ja Ich meine Nein Meine Kanone Regen Ah ich dachte schon der Winter Pilgrim bitte Weile deines Amtes Oh hier ist ne Schatzruhe Hier ist tatsächlich ne Schatzruhe Ja 2000 Stück Ich Ich krieg die Motten Geil Es könnte sein Dass ich Ja tatsächlich Ich kann auch von hier aus Auf die andere Seite Das freut mich echt Oh da war ne Kanone Da war ne Kanone Ich sehe euch Oh mein Gott Sind das viele Oh du Scheiße Das schaffen wir Nicht Scheiße Nein Jungs Rückzug Verdammt Woher kommen die ganzen Kanonen Shit Leute Pause Ich würd sagen Ich überdenk nochmal meine Strategie Und ich glaube ich geh wirklich Äh Nein Ich will in dieses dumme Dorf Ich will mit den Leuten quatschen Ich überleg mir ne Strategie Wir sehen uns beim nächsten Mal Bei Let's Play Die Südlöser bei der Könige Also bis dann Ciao